Ah, wenn ich dieses Teil hier hätte, würde ich besser rüberschwingen können. Also versuche ich mal hier. Vielleicht geht das ja mit der Kurbel. Wir will sowieso wissen, wozu die Kurbel ist. Ich mach das Teil hoch. Okay, jetzt habe ich da eine Boje. Die Mimmel sogar. Ach, schießt du. Achso. Wenn ich jetzt hier nochmal ran ziehe. Da kommt es ja wieder ganz zurück. Ja, eigentlich wollte ich ja nur hier dran ziehen. Und dieses Teil. Kann ich da nochmal dran ziehen? Aber nochmal. Wenn ich da dann dran hänge, hänge ich da dran. Ja, oder auch nicht. Ich glaube, ich muss auf die Boje. Die Boje ist jetzt wieder hier. Dann bringen wir mal die Boje eins weiter. Und jetzt bewegt die das. Und dann kann ich da oben drauf springen. Die geht aber automatisch weiter. Ja, bis. Aha. Sie da wieder. Aber wenn ich jetzt das Ding da anziehen würde, dann würdest du da vielleicht blockieren. Und auch immer da hängen. Mal da ausprobieren. Lustig mit dem Glockenspiel. Auch die Physik ist, äh, sehr gut. So, und jetzt schieße ich hier rum. Ja, mach schon. Und das Ding soll ja da dann blockieren. Ja, nicht so schnell. Moment, nochmal. Warum hängt das jetzt da unten fest? Das war doch vorher nicht da. Jetzt bewegt sich's wieder. Hast du da extra so gemacht? Das ist da extra, damit man nicht da unten steht. Ich mein, ich kann auch von oben schießen, ist auch kein Problem. Und der Guerra. Ja, das ist mal. Uh. Und der Brother. Das ist eine Software. Ja, ich kann auch von oben schießen, und jetzt hat warum geht es besser und ja das kommt trotzdem dadurch das blockiert nicht quatsch hier ist wieder ein super schatz ich hab blind ok dann können wir hier lang haben wir das hier also auch entdeckt da oben ist noch was ganz hier unten glaubt man nicht dass ich das einfach so liegen lasse außerdem habe ich ja immer noch den wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will müssen wir das Boot reparieren ja ja ich weiß nicht wie ich die anderen überreden soll damit landeinwärts zu fahren statt weg von der Insel aber ich muss einen Weg finden Waiyes wird ein Problem sein sie will zurück zu ihrer Tochter und sie trauert um Wort wie wir alle ich weiß immer noch nicht genau warum Messias ausgerechnet zählen wollte aber das spielt auch keine Rolle sie ist wieder bei uns in Sicherheit kann ich dir sagen weil das die Auserwählte ist die Himikos Blut im in den Adern hat Magno-Pistole du brauchst mal auf muss da gleich vielleicht was mit anfangen Großraum-Magazin polierter Lauf ich hätte gern ein Großraum-Magazin bittchen extra langes Magazin das zwölf Kugeln fasst äh es gibt auch Magazine die sind zweireihig die haben die normale Größe wie dies hier an 15 Kugeln rein aber naja ok äh was habe ich denn noch ah hier gibt es noch was polierter Lauf verbessert die Mechanik erhöht damit den Schaden ich will mich noch ein bisschen sammeln um obwohl die Gräber im nächsten Teil äh in äh was ist das Rise of the Tomb Raider die Räder sind die Gräber sind dann nochmal viel viel besser muss ich da jetzt nicht hoch muss ich aber eigentlich Herausforderungsgräber das ist richtig geile Rätsel die ist die Sikilefitz gegen obwohl der Teil hier auch schon bis auf ein paar Steuerungsprobleme nicht schlecht ist ich freue mich dann auf Shadow of the Tomb Raider das ist der neueste Teil dann 2018 rausgekommen von dieser neuen Trilogie der ist vielleicht noch besser als der zweite mal gucken was ich da noch haben einfallen lassen ja ich will jetzt da hin da hinten irgendwo gibt es noch was hast du das gemerkt dass ich deinen Kollegen umgebracht habe na du meinst ich lass mir das einfach so gefallen dass du mir hier anrempelst da ist die Antwort nein lass ich mir nicht ich will mich auf die andere Seite kommen und ich muss auch immer noch ein bisschen nach die Minen Ausschau halten irgendwo muss noch eine Mine rumflaggen das ist ja keine Mine ne das ist nur ne Boje und ich will nach da na der ist mir hier rüber die Mine sehe ich hier nicht sie hackt sich automatisch an ne diesmal nicht da ist noch eine das ist die letzte jawoll Minenräumung gemeistert irgendwo da hinten irgendwo wo wir da hinkommen nur hier runter und dann runter aufs x nope so nicht so nicht das sah gar nicht so weit aus wo ist er denn jetzt hä verstehst du das hä hä was ist denn ich muss mich erst mal orientieren wo ich bin jetzt bin ich jetzt bin ich wieder beim Lager ich hab mich zurückgeschmissen ein ja flimm потому das ich bin ich ich hab mich ich will noch mal gucken ob das oben oder unten ist da in der Mitte das müsste eigentlich dann so ziemlich nach dem wenn du da sowieso runter willst auf die Ebenen willst du auch nie lang ja die die Mauer muss ich dann nehmen wie komm ich da jetzt rüber das ist jetzt nichts wie komm ich jetzt wieder hoch mach mich doch nicht fertig ich zieh rüber und jetzt wieder da rauf und dann komm ich hier hoch ach so jetzt bin ich ja wieder hier wo es nicht weit genug ist warum eigentlich nicht das ist nämlich doch weit genug jetzt bin ich auch ziemlich in der Nähe von dem Teil das ist irgendwo da drin ich will aber nicht recht tot gehen wenn ich hier ich schaue hier ich schaue hier nächste noch mal die linken zwei auf einen streich gucken ich schrote flinte auf die armen krabben aha da wie komm ich da hin komm ich hier rauf nein ach das ist dumm hier drauf ich schaue mich nicht von da hier rüber springen noch mal die rot Müsste ich vielleicht schon hier kommen? Da müsste ich irgendwie von hier dann abspringen oder von da? Nee, das ist alles nicht so. Dann komm ich an das Ding ran. Hm. Vielleicht muss man bei diesem Block hier gehen. Da kann ich von hier aus nicht rein springen. Also es ist echt schwer ran zu kommen. Von hier aus? Bin ich schon wieder fast zu hoch oder? Guck dir das mal an. Bin ich bestimmt tot wenn ich jetzt hier rüber springe. Hm. Es sei denn. Komm über diesen... Nee, das ist viel zu glatt. Also ich müsste es jetzt von hier aus probieren. Äh. Ich glaub nicht dran. Ja und sonst geht es nur noch höher. Ich glaub das war nix. Ich bin noch etwas zu kurz gesprungen. Ich komm mir auch hier irgendwo rauf. Da ist tödliche See. Da komm auch nicht hoch. Unsichtbare Mauer. Kann ich auf den hier drauf? Auch nicht. Oh guck mal das geht. Das geht nicht. Schau mal an der Guck. Nein, zuerst da drauf und dann da drauf. Und jetzt? Vielleicht wieder hier drauf? Nein. Nein, erst da drauf. Dann da drauf. Jetzt muss man hier so ein ganz klein bisschen runter und bleibt dann, oder hier so leicht um die Ecke springen, denkst der Puppe wird nix. Da hab ich auch keinen Grip. Hier kann ich mich so ein bisschen festhalten, komm aber nicht hoch. Da rutsch ich ab hier. Bei dem rutsch ich ab. Da rutsch ich ab. Da rutsch ich ab. Da rutsch ich ab. Das war der Rutsch. Da rutsch ich ab. Da rutsch ich ab. Dann rutsch ich ab. Da rutsch ich ab.